Hallo, ich bin Marcel, wir spielen hier mit Zonberreiter 1 Remaster weiter. Los geht's! Schau herunter. Ich weiß es nicht. Komm schon. Komm schon, wir wollen alle. Ah, ist zu fies, sie hanget. Wuchen! Wuchen! Nein, was machst du? Hey, was machst du? Wuchen! Äh, Lara, was machst du nicht das? Alles klar? Ähm, Lara? Ah, jetzt! Genau! Oh, da kann man durchschiessen? Okay! Um! 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 Um, Patrick, um! 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 Ah, wir haben keine Waffen, wir tun sie weg, schade. Das ist beschränkt, ok. Den hätten wir offen, ok. Das ist die Tür aufgehangen. Mal schauen, was die Tür ist. Was ist die da hingekse? Das ist die Tür aufgehangen. Das ist die Tür aufgehangen. Die Tür ist die Tür aufgehangen. was Buchen! Kein ist das neu. Der Alligator aber... Ich bin gar nicht da. Oh, so wird der Handtasch auf dich gemacht. Ich bin gar nicht da. 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 Waffenpension. Waffenpension. Magnumpension. Ich bin gar nicht da. 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 Oh Oh Ja, es wird auch etwas schwierig. Ich habe keine Waffe und ein Krokodil zu erledigen. Ich glaube nicht. Müsam. Der ist doch gedacht. Na, bis du ihn durchschießt, ist schade. Nein. No, weg. Nein, wir haben ihn in Ruhe. Wir haben ihn in Ruhe. Oh. Oh. Oh, das ist einfach. Ich habe zwei, drei. Schwimm. Ja, komm nicht hängen bleiben. Ich will. Ja, sie bleibt hängen oder was? Komm da hin. Nein. Lara, was machst du für einen Scheiss-Treck? Schau. Jetzt kann es auf den Scheiss. Ja, genau. Ja, genau. Aber was ist... Wieso hat es zu Bühne gemacht? Ah, ich habe es nach Hause gefunden! Ah! Aber ich kann hier nichts finden. Mal gucken, sonst wäre es. Keine, eins von drei hätten wir es. So, jetzt gehen wir jetzt langsam. Ein bisschen... mal zu suchen. Okay, da haben wir jetzt aber nichts. Was mir bringt... Das Gehörnis haben wir noch gefunden, aber wenn es da nicht weitergeht, wo geht es denn weiter? Da ist auch nichts. Ich möchte irgendwo das Wasser runterlassen, anscheinend, da braucht es zwei, vier Schlüsseln. Ich weiss nicht, ob es das soll sein. Ich komme schon raus, aber. Ich muss ihn hier drücken. Warte, 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 warte. Dann muss ich es noch einmal aufgehauen. Dann gehen wir ein. Dann gehen wir Schlüssel. Das ist ein bisschen weiter, aber nicht weiter. Das ist ein bisschen weiter. Das ist kein Problem. Das war's für mich. Bist du denn du findest kommis viel? Was ist das hier? Du? Was ist das hier? 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 Was ist das? Was ist das hier? 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 Wie ist es denn? Da, man auch. Ohm. Ohm, schon. Ohm. Ohm. Tut es denn auch nicht mehr schiessen? Das ist ja geweint. Hä? Was? Der lebt noch? Darf ich schiessen? Was? Okay, da warte ich noch nicht. Hey, kommt da. Kommt vorne. Ohm. 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 Oh, bist du ja gestorben? Ohm. 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 Oh. Ohm. 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 Okay, da habe ich auch ganz anders gesagt. Halt, Halt. Okay, dort steht die Tür aufgangen. Okay. Ja, die Tür ist nicht immer zu einfach, wenn sie so schnell läuft. Das Original ist heuer. Oh, da ist sie so. Okay. Oh, ich weiß nicht. Hey, du fiesling. Ja, du kommst du her. Hey, tut doch nicht. Ja, du nicht mehr Samza. Ja. 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 Ich bin ein neues Video, ich hoffe es hat euch gefallen, nehmt mir Likes, das Zeug gefallen, lebt mirs Abo da, tschüss, zusammen.